Seit wir Schauma nehmen, fühlt sich dein Haar viel kräftiger an. Tja, meine Mutter wusste schon damals, was meinem Haar gut tut. Und heute ist Schauma immer noch mein Lieblingsshampoo. Das hat jetzt dieses Aufbauvitamin. Sagenhaft, damit fühlt sich mein Haar noch kräftiger an. Bis? Ja, bis in die Spitzen. Das Ergebnis sieht aus, als hätte ich mehr Haar. Also für mich gibt's wirklich nichts Besseres. Schauma Shampoo, das Beste von Schwarzkopf. Jetzt neu mit Aufbauvitamin. Schauma pflegt nicht nur, es kräftigt auch das Haar. Bis in die Spitzen. Bis in die Spitzen.